Gaffi, bittere Niederlage in Bernau. Wie fällt dein Fazit aus? Ja, war kein schönes Spiel. Insofern war diese Niederlage bitter, wie du schon richtig gesagt hast. Wir haben gut angefangen. Das zweite Viertel war ein Einbruch, wie wir ihn selten erlebt haben. Heute haben wir ihn erlebt. Bernau hat sehr, sehr gut gespielt. Alles lief gegen uns, meiner Meinung nach. Wir haben es schlecht gespielt. Aufbau, Zentrum, Flügel. Wir waren in der Halbzeit 18 zurück. Es war schon deprimierend stellenweise, aber sowas gehört dazu. Wir sind es nur nicht gewohnt in dieser Saison. Umso schwerer fällt es, das zu akzeptieren. Lenny, wir verlieren relativ deutlich in Bernau. Woran hat das gelegen? Wir sind, glaube ich, einfach schlecht gestartet. Sie haben gut getroffen von Anfang an, sind in ihr Spiel reingekommen, in den Fluss gekommen. Wir hatten einfach Probleme zu scoren. Wir mussten für jeden Punkt kämpfen, eher so gesagt. Und gefühlt kamen die zu einfachen Punkten, haben gute Trefferquoten gehabt. Gerade von außen in der ersten Halbzeit 50 Prozent geworfen. CB, ein schwerer Lauf auf der Straße. Was sind die Gründe für das? Ich glaube, wir waren heute nicht vorbereitet. Als wir aus dem Bus kamen, sahen wir ein bisschen schlau, ein bisschen schlau. Unsere Energie war sehr hoch. Ich muss dem anderen Team Kredite geben. Sie kamen bereit für einen Wunsch. Sie gaben uns viel Druck auf der Defense. Und ich glaube, wir haben nicht wirklich ihre Intensität geschlossen. Wir schließen die Hauptrunde jetzt mit dem zweiten Platz ab. Bist du trotzdem zufrieden? Ja, natürlich. Ich bin mehr als zufrieden. Trotzdem, ich will es nicht verhehlen. Wir sind alle schon ein bisschen enttäuscht, nicht Erster geworden zu sein. Wir waren so viele Spiele Erster, hatten es in eigener Hand. Aber eigentlich haben wir den ersten Platz in Artland Dragons abgegeben, als wir mit zehn verloren haben. So hätten wir, wenigstens, eine Niederlage mehr haben können. Fazit zweiter Platz. Ich glaube nicht, dass irgendein Team, irgendein Trainer, irgendein Manager oder irgendjemand überhaupt gedacht hätte, dass wir jemals auf dem zweiten Platz nach der Hauptrunde enden würden. Und insofern bin ich insgesamt mehr als zufrieden. Tobi, die reguläre Saison ist nun beendet mit dem Auswärtsspiel in Bernau. Wir schauen jetzt auf die Playoffs. Aber wie fällt dein Fazit dieser Hauptrunde aus? Ja, unglaublich. Es hätte niemand gedacht, dass wir die Hauptrunde auf dem zweiten Teil im Platz beenden können. Wir haben natürlich den ersten Platz jetzt am Ende hier leider heute in Bernau verloren. Aber es ist nicht weiter tragisch. Also definitiv haben wir überperformt in der Hauptrunde. Wir haben eine unglaubliche reguläre Saison gespielt, haben viel Freude bereitet. Und ja, ich freue mich jetzt definitiv auf die Playoffs. In der ersten Playoffs-Runde geht es gegen die Dresden Titans. Weißt du schon was über das Team? Nein, ehrlich gesagt habe ich mich null vorbereitet, weder auf Dresden noch auf Leverkusen. Mir war relativ sicher, dass beide verlieren, sodass ich wusste, dass wenn wir verlieren, dass es Dresden werden wird. Es ist immer schwer, was zu sagen. Ich habe schlechte Erfahrungen mit dem ersten Platz. Zweiter banne ich noch nie. Also ich war Erster oder Vierter oder Fünfter. Das Vierter oder Fünfter war besser. Mal gucken, was der zweite Platz bringt. Es geht gegen die Dresden Titans. Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, wann es losgeht und wie das Ganze abläuft? Also wir starten ja auf jeden Fall mit Heimvorteil ins Achtelfinale, werden dann auch in der zweiten Runde einen Heimvorteil haben. Von daher, das erste Spiel wird am 10.03. auf Schalke stattfinden. Der Ticket vor Verkauf wird am Montag laufen. Ich freue mich auf eine volle Halle. Wir haben letztes Jahr gegen Elchen gesehen, dass die Playoffs sehr gut ankommen. Und ja, ich freue mich auf die grandiose Unterstützung unserer Fans. Wie planst du die Jungs jetzt psychologisch wieder aufzubauen? Also ich habe denen gerade schon in der Kabine gesagt, dass es ein Spiel ist wie jedes andere. Wir fangen Mittwoch früh an und eigentlich beginnt die Saison jetzt erst am Mittwoch. Alles andere, was vorher war, war schön und nett. Aber das zählt alles nicht. Now is Playoff-Time, wie man so schön sagt. Und darauf kommt es an. Welche Momente bleiben dir aus der Hauptrunde am meisten in Erinnerung? Wir haben eine ausverkaufte Halle bei uns gehabt in fünf Fällen. Die grandiose Unterstützung unserer Fans. Wir haben zu Hause die Art of the Dragons in der Verlängerung geschlagen. Es waren unglaubliche Emotionen in der Hauptrunde. Und ich denke, davon können wir alle zehren und nehmen es hoffentlich mit in die Playoffs, sodass es genau so bleibt, sodass wir auch unsere Stadt verteidigen können. Getreue dem Motto, die Stadt gehört uns. Getreue dem Motto, die Stadt gehört uns.